Williges Jäger ist deswegen so eine interessante Persönlichkeit, weil er in seinem Denken und in seinem Leben, in seinem Schreiben und in seinem Lehren verschiedene Traditionen des spirituellen Erlebens, Erfahrens, Fühlens und Denkens miteinander verknüpft. Als Benediktiner und als Zen-Priester ist er einer derjenigen, der die westliche und die östliche Tradition gleichermaßen in sich vereinigt. Ein Weg, der sicherlich auch nicht immer leicht gewesen ist, aber welche Wege in der Welt sind heutzutage schon leicht oder waren es jemals? Williges Jäger hat ein Konzept von Spiritualität, das deswegen auch so besonders ist, weil es davon ausgeht, dass wir in einer bestimmten Form der Erfahrung uns quasi in die Welt einklinken und zu einer Einheit mit ihr gelangen und dass aus dieser Einheit heraus wiederum Erfahrungen resultieren, über die er heute Abend auch sprechen wird und Erfahrungen, die Sie alle in unterschiedlichen Ebenen sicherlich auch gemacht haben, nämlich Erfahrungen der Liebe. Herzlichen Dank für die Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gefährtinnen und Gefährten auf dem Spürtelnweg. Es ist mir immer ein Anliegen, zuerst einmal eine Standortbestimmung zu geben für unsere Spezies. Wer sind hier? Wo stehen wir? Die Frankfurter Rundschau hat vor kurzem Folgendes festgestellt. Unser All ist nicht das Einzige. Unablässig entfalten sich neue Universen, wie Dampfblasen in einem Topf kochenden Wassers. Das sind keine Theorien von Spinnern, sondern von angesehenen Astrophysikern. In solch einem parallelen Weltraum könnten völlig andere Naturgesetze gelten, mit anderer Chemie und skurrilen Lebewesen. Sogar die Zeit könnte eine andere Richtung einschlagen. Unser Universum soll 14 Milliarden Jahre existieren. 14 Milliarden Jahre gab es uns nicht. Eines Tages wird es uns wieder nicht geben. Und niemand wird uns vermissen. Das klingt so salopp. Aber das stellt dann die Frage, woher kommen wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Warum sind wir eigentlich da? Wohin gehen wir? Was sollen diese paar Jahrzehnte, die wir hier auf dem absolut unbedeutenden Staubkorn am Rand des Weltalls herumlaufen, für eine Bedeutung haben? Milliarden von Galaxien, jeder Galaxie Milliarden von Sternen, aufgebaut auf Milliarden von Lichtjahren. diese paar Jahrzehnte, die wir hier leben. Und eine andere Sache, die ich gerade gelesen habe, die mich ganz tief erschüttert hat. Die Norwegische Akademie der Wissenschaft hat errechnet, seit dem Jahr 3600 vor Christus fanden insgesamt 15.513 Kriege statt. Dabei gab es 3 Milliarden 64 Millionen Tote. Es gibt nur eine Waffe gegen den Krieg, gegen diese Zustände, und das ist die Liebe. Über die Liebe ist viel geschrieben worden und wird immer noch viel geschrieben. Heute Abend geht es nicht um eine Abhandlung über die Liebe und auch keine Anweisungen, Liebe zu üben. Die Liebe, von der hier die Rede ist, meint eine Ebene der existenziellen Verbundenheit, auf der es kein Ich-liebe-dich-und-du-liebst-mich mehr gibt, sondern eine Erfahrung der Einheit, aus der niemand herausfallen kann, nicht einmal der Verbrecher, wohl seine Tat, aber nicht der Mensch. Diese Liebe, diese existenzielle Verbundenheit überschreitet die anthropologische Sicht der Welt und auch die Konfessionen. Sie verlässt die Egozentrik und drückt das Hintergründige ein in die Erfahrung. wo das Ich keine Welle des Ozeans, einer Welle des Ozeans gleicht, wo das Ich einer Welle des Ozeans gleicht, die kommt und wieder zurückfällt, ihre Bedeutung hat, darin liegt unsere Bedeutung, einmalig, einzigartig, unverwechselbar, verbringen wir diese paar Jahrzehnte in diesem zeitlosen Universum. Wir können nicht herausfallen aus diesem Universum, nicht einmal der Feind, es ist die Ebene einer mystischen Einheit, die alles verbindet. Vielleicht ist das das Wichtigste, was ich heute Abend sagen möchte, diese Liebe, von der hier die Rede ist, ist nicht, dass ich liebe dich, sondern es ist diese Verbundenheit, die Menschen immer wieder erleben, wenn sie durchsprechen auf dieser anderen Ebene. Wir haben uns als Späßes entwickelt, aus einem prähominierten Vorbewusstsein, in ein magisches Bewusstsein, in ein mythisches Bewusstsein, in ein mentales Bewusstsein, mit dem wir jetzt da sind. Und erst seit 120.000 Jahren, sagt die Forschung, sind wir als Menschen das, was wir jetzt sind. Ob der Homo Pekinensis schon ein Mensch war und all die anderen Vorfahren, bezweifelt man heute, erst seit etwa 120.000 Jahren. Was bedeuten 120.000 Jahre in einem zeitlosen Universum? Darauf müssen wir eine Antwort finden. Und die Antwort kann für mich nur lauten, wir sind eine einmalige, einzigartige, unverwechselbare Manifestation dieses Urgrundes, dem wir den Namen Gott gegeben haben, den andere Leerheit nennen, den andere Urgrund nennen. Dieser Urgrund feiert sich als das, was ich bin. Und Eckart würde sagen, wenn ich nicht wäre, wäre Gott nicht. Er will damit sagen, nichts kann herausfallen aus diesem Universum. Keine Welle kann sich vom Ozean trennen. Sie gehört in dieses Wasser des Ozeans. Wir gehören in diesen Urgrund. Und da ist unsere Heimat. Da sind wir zu Hause. Und dahin werden wir zurückkehren ohne unsere Personale Struktur, die uns sicherlich nur für das Hier und Jetzt, für diese Lebenszeit gegeben ist. Was dann wird, können wir nicht sagen. Ich habe schon manche Nahtodeserfahrungen gehört. Ich habe selbst eine erleben dürfen, dass da etwas ist, was absolute Liebe bedeutet, absolutes Angenommen bedeutet. Ein Willkommen kommt zurück und ich wäre gerne da mitgegangen, aber es wurde mir gesagt, nein, du musst warten, bis du gerufen wirst. Aber es erwartet uns ganz sicherlich etwas ganz anderes, ganz Neues, Unverwechselbares, von dem wir aber jetzt noch nicht wissen, wie es aussieht. Und sollte es so etwas geben, wie eine Reinkarnation, dann wäre unsere Aufgabe wieder die gleiche, die wir jetzt haben, nämlich zu begreifen, wer wir eigentlich sind. Welcher Urgrund sich jetzt inkarniert in dieser wird, und dann wäre das